Hey Leute! Letztens haben wir euch schon die 5 meistgefolgten Instagram-Profile gezeigt. Heute zeigen wir euch noch die 5 meistgelikten Instagram-Posts. Viel Spaß beim Video! Apropos Instagram. Tägliches Wissen hat natürlich auch einen Instagram-Kanal, auf welchem ihr täglich neue wissenswerte Infos bekommt und auch hin und wieder veranstalten wir dort dicke Gewinnspiele. Vorbeischauen lohnt sich also auf alle Fälle. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Beginnen wir auf Platz 5 mit Jennifer Aniston mit 16.360.000 Likes. Es ist ihr erster Post und der hat es gleich in die Top 5 geschafft. Jennifer Aniston posiert für das Foto mit ihren Schauspielkollegen von Friends. Auch wenn es nicht die beste Qualität ist, ist es sehr beliebt und schaffte es in vielen Nachrichtenmagazine rund um die Welt. Aniston hat außerdem den Rekord gebrochen und ist die Person, die am schnellsten 1 Million Follower hatte. Genau genommen in nur 5 Stunden und 16 Minuten hat sie die 1 Million Follower erreicht. Auf Platz 4 landet Kylie Jenner mit Stormi mit 16.600.000 Likes. Sie beherrscht Instagram, da gibt es keinen Zweifel. Und sie hielt mit diesem Post für eine ganze Weile den Rekord für den Instagram-Post mit den meisten Likes. Nämlich 341 Tage lang. Dann kam jedoch ein Ei und verdrängte sie von dieser Top-Platzierung. Auf dem dritten Platz haben wir einen traurigen Post von Chadwick Boseman mit 19.100.000 Likes. Die Welt war schockiert, als bekannt wurde, dass der Schauspieler Chadwick Boseman im Alter von nur 43 Jahren an Krebs gestorben ist. Seine Familie teilte über seinen Instagram-Account seinen Tod mit. Auf dem zweiten Platz der meistgelikten Posts landet der letzte Post von XXXTentacion mit 22.333.000 Likes. Dies war der letzte Post von Rapper XXX vor seinem Tod im Juni 2018. Es ist das einzige Foto auf seinem Instagram-Feed. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Und das meistgelikte Bild auf Instagram ist ein Ei mit 55 Millionen Likes. Ihr hört richtig! Ein Ei mit 55 Millionen Likes. Dieser Account des Weltrekordbrechenden Eis startete eine Kampagne mit dem Ziel, den Instagram-Post mit den meisten Likes zu erhalten. Und es war eine Aufforderung, der 53 Millionen Menschen anscheinend nicht widerstehen konnten. Der Account war erfolgreich und dafür musste er kein großes Publikum aufbauen. Folgt tägliches Wissen gern auf Instagram. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von tägliches Wissen.